Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Hallo, Peppa. Hallo, ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia. Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich, ich, ich. Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molli. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra. Versuch es mal so, Klausi. Ich bin der große, böse Wolf und ich fresse euch alle. Siehst du? Ja, das war echt furchterregend. Pedro Pony spielt den Jäger. Er rettet Pepper vor dem großen, bösen Wolf. Ähm, ich bin der Jäger und... Pedro ist ein bisschen schüchtern. Nee. Du sagst, ich jage dich davon, du großer, böser Wolf. Ähm, hau ab, gemeiner Wolf. Gut gemacht, Pedro. Luisa Löffel spielt die Großmutter. Was muss ich sagen, Mama? Mal sehen. Am Anfang des Stücks sperrt dich der große, böse Wolf in einen Schrank. Dann ganz am Ende des Stücks rettet dich der Jäger. Und du sagst, Dankeschön. Dankeschön. Das war gut, Luisa. Alle sind gekommen, um das Theaterstück zu sehen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Aufführung Rotkäppchen und der böse Wolf. Zuerst stellen sich die Schauspieler vor. Bitte, bitte, mit Rücksicht auf die Schauspieler nicht fotografieren. Und jetzt beginnt unser Stück. Großmutter ist zu Hause. Doch wer ist dieser Besucher? Ich bin der große, böse Wolf. Gut gemacht, Klausi. Ähm. Oh je, Klausi hat seinen Text vergessen. Großmutter, du musst in den Schrank gehen. Geh in den Schrank. Und hier ist ihr Kleid. Das funkelt aber. Schau mal hier. Das ist ihre goldene Krone. Boah. Die war bestimmt teuer. Mama, wo ist der Königsfernseher? Den gab's damals noch nicht. Kein Fernseher? Gab es auch keine Computer? Nein, die gab es damals auch noch nicht. Was haben die dann gemacht? Mama, als Königin kann man so viel Kuchen essen, wie man möchte. Peppa stellt sich vor, sie wäre Königin. Hm, köstlich. Darf ich euch sonst noch etwas bringen, Majestät? Ja, mehr Kuchen. Sofort. Kommt, wir gehen weiter. Ich komme schon. Papa, ich bin die Königin. Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Oh, ich bin untröstlich königliche Hoheit. Wer seid ihr überhaupt? Na, euer Papa. Hm, das muss sehr aufregend sein. Ja, das kann ich euch versichern. Was ist das für ein Raum? Das ist der Dinosaurierraum. Der Dinosaurierraum? Schorsch, das ist der Dinosaurierraum. Saurier. Wo ist denn der Saurier? Er ist hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist es ein Minisaurier. Eigentlich ist er sehr groß, Peppa. Boah. Das sind die Knochen eines echten Dinos. Saurier. Schorsch mag die Spinne. Die Spinne mag Schorsch. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho. Schlimmer, Papa. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Peina. Schorsch, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Papa, da ist eine Spinne im Kinderzimmer. Ha, ha. Keine Sorge, Peppa. Bitte, Papa. Mach sie weg. Ho, ho, ho. Kein Grund zur Panik. Hallo, Schorsch. Hast du die Spinne gesehen? Die ist eklig. Bitte bring sie weg. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Peppa. Spinnen sind sehr, sehr klein. Und sie können dir nichts tun. Aber keine Sorge. Papa bringt sie aus dem Zimmer. Oh, die ist ganz schön groß, oder? Ähm, ich hole mal gerade Mama Wutz. Mama Wutz! Hallo, Herr Spaghettibein. Peppa ist schon ein bisschen mutiger. Es gefällt ihm in meinem Puppenhaus. Hallo, Kinder. Ihr habt also eine Spinne gefunden. Ich bringe sie aus dem Kinderzimmer, damit ihr spielen könnt. Mama! Sein Name ist Herr Spaghettibein. Oh! Herr Spaghettibein ist ja ganz schön groß. Peppa und Schorsch mögen die Spinne. Heia! Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Nein, Schorsch. Er möchte Tee trinken. Er will doch noch nicht ins Bett. Hast du Hunger, Herr Spaghettibein? Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, wie wäre es? Willst du das auslecken? Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wäre wohl Schwester. Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. Schorsch würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, Schorsch. Ich helfe dir. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Mattschöpfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das... Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh je, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Schorsch mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je, ich muss doch etwas haben, was Schorsch mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh. Schorsch mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also Schorsch, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen. Dummer Schorsch, Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Naja, Schorsch mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erst mal im Salat ist. Oh, leckere Tomaten, Salat und Gurke. Schnell ins Waschbecken damit. Peppa und Schorsch helfen Oma Wutz, das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch bitte? Essen! Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat. Aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein! Schorsch hat seine Pizza aufgegessen, aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oh je, Schorsch, magst du deinen Salat nicht? Nein! Schorsch, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh! Schorsch, das hier ist Gurke, aufs Opas eigenem Garten. Bäh! Versuch ein Salatblatt, Schorsch. Es ist köstlich. Bäh! Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh. Na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. 1, 2, fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich gehe mal nachsehen. 14, 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, äh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Rad fahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Ohne seine Brille kann Papa Wutz seine Zeitung nicht lesen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich erkenne nichts. Jemand muss meine Brille verbummelt haben. Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie nicht trage, ist sie immer in meiner Tasche. Aber da ist sie nicht. Papa, dürfen wir dir beim Suchen helfen? Gute Idee, Peppa. Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt nicht mehr so grantig. Ich bin nicht grantig. Peppa und Schorsch suchen nach Papas Brille. Peppa sucht unter der Zeitung. Doch da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht oben auf dem Fernsehgerät. Doch da ist Papas Brille auch nicht. Oh. Lass uns mal oben im Schlafzimmer nachsehen. Peppa und Schorsch suchen im Schlafzimmer von Mama und Papa Wutz. Schorsch, pass auf, dass du hier nichts umstößt. Das ist nicht lustig. Peppa sucht unter den Kopfkissen. Aber da ist Papas Brille nicht. Oh. Schorsch sucht in Papas Hausschuhen. Aber da ist Papas Brille auch nicht. Lass uns im Bad nachschauen. Peppa und Schorsch suchen im Badezimmer. Die Brille ist nicht in der Badewanne. Oh. Und in der Toilette auch nicht. Oh. Hm. Die Brille ist futsch. Was zum Himmel ist hier los? Was für ein Radau. Und guckt mal das Chaos auf dem Boden an. Jemand könnte stolpern und sich wehtun. Jemand ist bereits gestolpert und hat sich wehgetan. Oh je. Armer Papa Wutz. Kommt Kinder. Wir räumen gleich ein bisschen auf. Aber Mama. Wir spielen Puppe und Dinosaurier. Ihr könnt weiterspielen, wenn ihr aufgeräumt habt. Aber das ist alles von Schorsch. Ach wirklich? Also gehört dann Schorsch dieses hübsche Kleidchen. Nein. Vielleicht sind doch ein paar Sachen von mir. Genau. Ich helfe Schorsch beim Aufräumen und Mama Wutz hilft Peppa. Wir machen einen Wettkampf. Mädchen gegen Jungs. Gute Idee. Mal sehen, wer von uns schneller ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Haha. Wir gewinnen. Tut er nicht. Da. Oh. Was ist das? Teddy. Ich hab dich schon gesucht. Schnell, Peppa. Räum Teddy in den Spielzeugkorb. Hinein. Und jetzt die Bücher. Sehr hübsch. Was haben wir denn hier? Sausier. Das stimmt. Es ist ein Buch über Dinos. Es ist Schorschs Aufklapp-Dinosaurierbuch. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Stimmt genau. Oh. Das ist ein Brontosaurus. Brontosaurus. Hinein. Ja. Und das ist ein Triceratops. 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 Autsch. Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa. Opa. Ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja. Fein. Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann decke ich den Samen rein und decke Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Pepper und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Pepper. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Pepper, Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren. Jetzt. Keine Sorge, Pepper. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Pepper. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppers Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer. Bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Mama Wutz und Pepper sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Pepper. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. 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 Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa. Guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Pepper. Und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppers neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Pepper will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Pepper ihre Schuhe immer noch an. Pepper will die Schuhe sogar im Bett tragen. Pepper, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Pepper und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Pepper trägt immer noch ihre roten Schuhe. Nein, Pepper. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch. Mach bloß nicht sowas. Pepper, nein. Entschuldigung, Mama. Ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz, Papa Wutz. Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ähm. Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Ähm, wie du meinst, Mama Wutz. Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Hm. 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 Ähm. Manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa. Ja, ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Ah! Oh! Halt! Halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama! Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, äh... Bitte, Papi! Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! Halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Ähm, wenn du schön bitte sagst. Bitte? Bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Äh... Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut, ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, hier ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch! Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbei werfen. Komm schon, Schorsch, wirf den Ball zu mir. Dummer, Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang! Hurra! Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Schorsch, fang! Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan. Wuh, wuh, wuh. Mä, miau. Nee. Brr, ho, ho, ho. Nee. Nee. Katja und Anni. Teppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa, Wutz und Schorsch und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama, Wutz, zu Hause. Papa, Schorsch, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht. Aber für dich und Schorsch und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut, also ich mach das jetzt erst mal vor. Und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt. Aber eigentlich bückt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Part de Deux. Was war das für ein Geräusch? Peppa, Schorsch, schnell, kommt ins Haus. Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik. Der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sauer. Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy, ich habe Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich habe noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschi. Und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Jetzt ist der Regen drin. Jetzt ist der Regen drin. Gut, jetzt ist der Schluckauf weg. Peppers Anti-Schluckaufkur scheint nicht zu wirken. Schorsch, du hast es falsch gemacht. Ich weiß, was Besseres ging. Und jetzt ist der Regenschluck auf. Erst springst du dreimal in die Luft auf einem Bein. Dann wedelst du so mit den Arm und streckst die Zunge raus. Und jetzt schließt die Augen und dreh dich dreimal schnell im Kreis. Peppers neue Anti-Schluckaufkur wirkt auch nicht. Schorsch hat noch immer Schluckauf. Ich hab's. Schluckauf geht vorbei, wenn man das kranke Schweinchen erschreckt. Schorsch, ich werde dich jetzt erschrecken. Aber vergiss nicht. Es ist nur ein Spiel. Und es wird dein Schluckauf heilen. Vergiss nicht. Ich tue nur so, als ob ich schreie. Peppers, mach nicht so wilde Spiele mit, Schorsch. Er ist noch klein. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nur, dass dein Schluckauf weggeht. Der Schluckauf ist weg. Hier kommt Papa Wutz mit zwei Bechern Saft. Schorsch, du sollst nicht so schnell trinken, sonst hast du gleich wieder Schluckauf. Ich bin nicht so klein wie Schorsch. Ich kann meinen Saft so schnell trinken, wie ich will. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als erstes da oben ist. Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja. Na gut, Peppa. Ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja. Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung. Fertig. Los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge. Ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein. Ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Lucy, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Wenn Käpt'n Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Käpt'n Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht Käpt'n Opa. Schorsch, his die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n. Oma Wutz ans Steuerrad. Ei, ei, Käpt'n. Volle Kraft voraus. Volle Kraft. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ahoi, ahoi, ahoi. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Heimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ich sehe sie, ich sehe sie. Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Peppa. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Peppa. Tomaten, die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti. Pagetti. Das stimmt, Schorsch, aber man sagt Spaghetti. Pagetti. Spaghetti mögen Peppa und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti. Guck, Mama, hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Peppa. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Pagetti. Schorsch, es heißt Spaghetti. Pidetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Schausier. Dinosaurier? Schorsch, es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch. Der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Danke, danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa. Natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Danke schön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty und Papa macht eine Zaubershow. Haha. Niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit der unglaubliche Mysterio. Der glaubliche Mr. O. Ja, der unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt. Wochenlang. Meine Freunde kommen. Yippie. Da sind Peppas Freunde. Molly Mietze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Kommt, Kinder. Die Party kann losgehen. Hurra. Papa Wutz gibt eine Zaubervorführung. Peppa, denk daran, dass du sagst, meine Damen und Herren, begrüßen sie mit mir den unglaublichen Mysterio. Ist gut, Papa. Meine Damen und Herren, hier kommt Zauberpapa. Hurra. Ich präsentiere meinen ersten Trick. Abracadabra. Oh, es ist Teddy. Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Helfer aus dem Publikum. Ich. Ich. Ich brauche nur einen. Junge Dame, Sie haben sich zuerst gemeldet. Verraten Sie uns Ihren Namen. Luzi Locke. Gut, Luzi. Hier sind drei Bälle. Ein roter Ball, ein blauer Ball und ein gelber Ball. Okay. Wählen Sie jetzt heimlich einen aus, während ich mich umdrehe. Okay. Hm, das ist ja komplizierter, als ich dachte. Luzi Lockes Mama hat auch eine Videokamera. Die schaltet sie mal so an. Oh, sehr gut, Peppa. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. Ich kann es kaum erwarten, Ihren ersten Film aufzunehmen. Kann man diese Stimme irgendwie abstellen? Ich weiß nicht. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. An Luzis Kamera muss man nur den Knopf hier drücken und dann ist Ruhe. Schön, dass Sie die Video dreht haben. So, jetzt redet sie nicht mehr. Gut gemacht, Peppa. Was soll ich zuerst filmen? Film mich. Na gut, Peppa. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Kommt alle her. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Wir könnten ja auch mal was Neues filmen. Ich weiß was. Papa Wutz geht aus dem Zimmer und wir drehen einen Film für ihn. Hier lang. Papa Wutz muss in der Küche warten, während Mama Wutz, Peppa und Schorsch einen geheimen Film drehen. Nicht lauschen, Papa Wutz. Wir müssen uns alle was ausdenken. Schorsch, willst du als Erster? Seid ihr soweit? Kann ich reinkommen und den Film sehen? Fertig. Du kannst wieder reinkommen. Schorsch hat ein Video gedreht und Peppa auch. Gucken wir den Film von Schorsch zuerst. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich habe doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa. Die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Ähm, also vielleicht. Aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Schorsch, Schorsch, bist du wach? Was für merkwürdige Geräusche. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen. Peppa, Schorsch, seid ihr noch wach? Na so etwas. Sie schlafen fest. Ach, das waren gar nicht Peppa und Schorsch, die den Radau gemacht haben? Im Moment höre ich nichts mehr. Wahrscheinlich sind Sie jetzt doch eingeschlafen. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Gartenarbeit. Heute sprechen wir über Rosen. Oh, ich liebe Gartenbausendungen. Die Gräfin ist eine außergewöhnlich dornige Sorte. Um sie zurückzuschneiden, fangen sie mit dem Kopf an und knipsen dann die Schösslinge ab. Oma Wutz? Peppa, Schorsch, ihr solltet doch längst schlafen. Schorsch und ich sind aber nicht müde. Können wir noch mit euch fernsehen? Tja, vielleicht macht euch ein kleines bisschen Fernsehen schläfrig. Hurra! Die Islandrose ist ein seltenes Vergnügen für den Gartenkünstler. Sie neigt dazu, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Oh, das Programm ist aber öde. Oh. Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Ho, ho. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich, ich. Herein spaziert. Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja. Wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Hm, du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Luzi, Locke, Klausi, Kleff und Luisa Löffel rutschen auf der Rutsche. Hui. 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 Peppa schaukelt auf der Schaukel. Mama, Mama, schüppst mich an. Bist du soweit? Ja, aber bitte schüppst richtig doll. Hui. Hör, Mama. Hui. Schorsch möchte auch mal schorkeln. Jetzt bist du dran, Schorsch. Gut festhalten. Ich möchte Schorsch anschubsen. Aber nicht so feste, Peppa. Ja, Mama. Halt dich fest, Schorsch. Hui. Oh je, Peppa hat Schorsch zu sehr angeschubst. Schorsch schaukelt nicht gern so hoch. Peppa, du weißt doch, dass Schorsch davor Angst hat. Entschuldigung, Schorsch. Wir gehen aufs Klettergerüst. Hallo, Luzi. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Hui. Hui. Ihr schaukelt alle falsch. Seht her, so schwingt man nämlich richtig rüber. Bahn frei. Achtung, fertig, los. Hui. Guckt alle her. Ich fliege wie ein Vogel. Oh, ich komme hier nicht raus. Peppa steckt im Reifen fest. Das ist nicht witzig. Ein bisschen witzig sieht es schon aus. Wir holen dich da raus. Peppas Freunde helfen alle mit. Hallo. 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 Hallo.